Horst Becker, gebürtiger Kölner, verheiratet mit Claudia Wier. Wir haben vier Kinder. Ich bin seit 2005 Abgeordneter im Landtag für den Rhein-Sieg-Kreis und beschäftige mich da unter anderem mit Verkehr, mit Landwirtschaft, mit Umweltfragen. Weil die Grünen die einzige politische Kraft sind und waren, die Ökologie durch alle gesellschaftlichen Bereiche durchbuchstabiert. Heute zum Beispiel auch darauf hinweist, dass die Klimakatastrophe sich auch auf die Flüchtlingsbewegung auswirkt und auswirken wird in noch viel größerem Ausmaß. Zum Beispiel für die Breitbandversorgung im ländlichen Raum, damit die endlich vernünftig und schneller wird, aber auch für eine artgerechte Nutztierhaltung und dafür, dass Regionen, die strukturell benachteiligt sind, mit Hilfen in die Lage versetzt werden, sich besser aufzustellen. Wenn ich die Zeit dazu finde, gehe ich gerne mit meiner Frau zusammen auf langen Spaziergängen durchs Narzpachtal oder die Warner Heide. Am Wochenende gehen wir gerne ins Kabarett. Ich bin seit mehr als 25 Jahren Fördermitglied beim Pantheon und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Heimspiel vom 1. FC Köln. Ich bin dort im Beirat und lebenslanges Mitglied. Meine Vision für NRW ist weniger Lärm durch Verkehr, mehr frische Luft mit einem umweltgerechten Verkehr, wo wir uns in nicht überfüllten Bussen, nicht überfüllten Bahnen, auf Radschnellwegen und mit Elektromobilität bewegen können. Das wäre die Zukunft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.